So, worum soll es jetzt gehen? Es soll darum gehen, unsere neue Release von Ultraschall vorzustellen. Wir waren etwas in Zugzwang, denn Apple hat ein neues Betriebssystem rausgebracht und Reaper ist in Version 5 rausgekommen. Unser ganzes Ultraschallprojekt basiert ja auf Reaper unten drunter als Aufnahmesoftware. Unsere alte Version lief weder unter El Capitan noch unter Reaper 5 vernünftig. Das heißt also, wir kamen gar nicht drum rum, relativ zügig dort entsprechend was nachzuliefern. Von daher also erstmal so ein bisschen die Geschichten, die jetzt ganz normal laufen. Wir haben den Installer angepasst, dass das Ganze unter El Capitan vernünftig läuft. Das wird Tim freuen. Wir sind dabei rausgezogen aus dem System Library Verzeichnis, was eigentlich mal ein bisschen uncool ist. Es hatte seine Gründe, dass wir da waren, aber wir sind jetzt wieder in User Library. Von daher also alles schick. Eine Sache, die uns sehr helfen wird, wenn es irgendwo Probleme da draußen gibt. Wir haben jetzt mal so ein About Screen eingebaut in Ultraschall, der ganz normal im Menü verankert ist. Und wo man schön sehen kann, was sind die verschiedenen Versionen eigentlich, die gerade installiert sind. Das heißt, wenn es irgendwo Probleme gibt, kann man sich hier dran orientieren, woran es eigentlich genau gelegen hat. So, das Ganze ist jetzt aber noch nicht so rasend aufregend. Zumindest nicht jetzt, um einen Major-Versionssprung zu rechtfertigen, dass wir das Ganze jetzt Ultraschall 2.0 ab heute nennen möchten. Insgesamt haben wir vier verschiedene Bereiche adressiert, von denen wir glauben, dass sie mindestens in der Summe so wirkungsmächtig sind, dass es diesen großen Versionssprung rechtfertigt. Der erste ist Outreach. Den werde ich jetzt sehr, sehr knapp halten. Ab heute Abend wird Ultraschall nur noch auf Englisch erscheinen. Das heißt also, wir glauben, dass wir so den deutschen Markt mittlerweile ganz gut abgrasen. Wenn man sich allerdings mal anguckt, Tim hat es gerade erwähnt, wo im Moment so die zumindest laute und geldmächtige Podcastmusik spielt, dann ist das sicherlich der angloamerikanische Raum. Und den adressieren wir derzeit überhaupt gar nicht. Wir bekommen in letzter Zeit häufig Rückfragen, oh, die Germans machen da irgendwas Cooles im Bereich Reaper. Was genau ist denn das? Und dann schauen sie sich das an und das ist alles auf Deutsch. Das werden wir ändern. Die 2.0-Version ist in der Tat English-Only. Was insofern kein allzu großer Beinbruch ist, weil wir ja die restliche Reaper-Oberfläche auch auf Englisch haben. Das heißt also, es ist dann jetzt quasi erstmalig konsistent. Hier sehen wir dann das Podcast-Menü der 2.0-Release. Da werden auch die ganze Dokumentation umstellen auf Englisch. Wir werden zumindest Install-Notes und Change-Logs parallel auch in Deutsch weiterlaufen lassen. Was wir mit den Screencasts machen, müssen wir mal schauen. Die Details dazu werden noch ein bisschen später rausgegeben. Da müssen wir uns selber noch ein bisschen überlegen, was so wirklich die cleverste Outreach-Strategie ist. Der zweite Punkt, eine der Lieblingskategorien in meinen Keynotes, ist immer das Thema Breitschwertträger. Hier habe ich eine besonders prominente mitgebracht. Das heißt, das ewige Thema, wie kann man Audio-Routing auf dem Mac insbesondere herstellen, um komplizierte Verkabelungen zu lösen. Das heißt also, unsere klassische Herangehensweise, wir möchten eine Skype-N-1-Schalte haben, sauber modelliert, ohne irgendein Kabel dafür zu stecken. Das machen wir seit eigentlich unserer 1.0-Release mithilfe von Soundflower. Daran hat sich auch in den letzten Releases eigentlich mal nie was geändert. Wir haben Soundflower, das ist ja ein Open-Source-Projekt gewesen. Wir haben den Code genommen, haben ihn leicht modifiziert, wir haben ihn lizenziert, sodass wir durch die ganzen Apple-Release-Geschichten durchgekommen sind. Nichtsdestotrotz hat sich jetzt gerade bei den letzten zwei Releases vor allem von der Apple-Seite ausgezeigt, das Ganze hat eigentlich keine Zukunft. Der Audio-Kern unten drunter von Soundflower ist einfach zu wackelig und viel, viel, viel zu alt. Das Projekt, was Daniel bei uns im Team von daher ja seit Längerem betreibt, ist, einen eigenen Audio-Treiber zu schreiben. Den haben wir auf dem Camp zum ersten Mal vorgestellt und den liefern wir jetzt mit der 2.0-Version aus. Und das ist ein sauberer, wirklich nur entlang der neuesten APIs von Apple-designter Core-Audio-Plug-In-Treiber und nicht mehr ein Kernel-Treiber wie bisher, was eine ganze Menge an Problemen löst. Für euch als Nutzerinnen und Nutzer, so ihr es denn schon nutzt, ändert sich erstmal eigentlich nicht viel. Das heißt also, wenn ihr mal in die Audio-Midi-Setup reingeht und ihr den Installer durchlaufen lässt. Moment, ich muss mal eben hier den Screen, das müssen wir mal kurz anders machen, sonst sehe ich nämlich hier nichts. Ich will synchen, so. Ich hoffe mal an, die fällt jetzt nicht komplett aus der Kurve. Lebt das Stream-Bild noch nach der Aktion hier? Okay, gut. Hier sehen wir, wie das Audio-Midi-Setup, über das wir dann ja auch diese Skype-N-1-Schalte untereinander modellieren, nach der Installation aussieht. Ihr seht, wir haben hier ein kleines neues Icon und wir haben aber genau die verschiedenen Geräte, die wir vorher auch hatten. Das heißt, unser AUX-Eingang, die Skype-Kanäle, einmal fürs Mikrofon, einmal für die Speaker und den Stream, um das Ganze beispielsweise auf Xenem rausstreamen zu können. Das ist das, was man mit der 2.0, wenn man sie installiert, automatisch angelegt bekommt. Sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir in den alten Releases auch hatten. Der Clou ist nun, das werden wir heute Abend noch nicht releasen, aber in Bälde ist eine darüber noch hinausgehende Version. Die wird sich nicht mehr automatisch hier in die Audio-Midi-Steuerung reinsetzen, sondern, ihr seht es hier schon, in die Systemeinstellung. Da haben wir also hier unten einen neuen Punkt Audio-Hub. Und wenn man den mal anwählt, erscheint also hier ein Konfigurationsinterface. Das ist mir ermöglicht, beliebige freie Geräte anzulegen. Das heißt also, ich lege jetzt mal ein Gerät an TestBla, soll zwei Channels haben, sage Create und ich lege noch ein zweites an PPW15B. Gehe auf Apply und wir achten, was hier im linken Bereich passiert. Ohne, dass ich auch nur den Rechner neu starte, erscheinen hier schon die entsprechenden Devices. Das heißt also, das ist eben der Vorteil. Ja, danke. Daniel, deinen Applaus. Das ist insbesondere dann also für fortgeschrittene Nutzungsszenarien, wenn man also mit unseren vorkonfigurierten Devices so weit nicht klarkommt. Und Daniel hat eine Menge Ideen, wie man diesen Bereich noch weiter ausbauen kann. Also in Sachen beispielsweise ein internes Routing hier auch noch mit reinzusetzen. Das wird, glaube ich, ein ganz spannender Bereich. Das wird allerdings von uns dann separat als App veröffentlicht und ist jetzt noch nicht Teil der 2.0 Release. Das werden wir aber mit einiger Sicherheit dann zum Kongress im Winter fertig haben. Was wir uns von der ganzen Aktion natürlich hauptsächlich versprechen, ist eine höhere Stabilität. Das heißt also, diese klassischen Knicks-Geschichten aus dem Stream, dass die dann der Vergangenheit angehören. Also kein Knacksen mehr. Wir haben den jetzt seit etlichen Wochen im Test und bisher schlägt er sich also ausgesprochen wacker. Man kann damit auch sehr kleine Latenzen umsetzen. Das heißt also, es ermöglicht auch noch ganz andere Routing-Konstruktionen dazu, vielleicht dann übermorgen mehr. Zwei Versionen, einmal Teil unserer normalen Release und dann halt als Standalone-Panel. Tim hat eben angesprochen und da hat er was aufgegriffen, was er auch in seinem letzten CAE besprochen hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen einfach und leicht. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt in den letzten Monaten immer wieder gemerkt habe. Ultraschall und das Aufnehmen von Podcasts ist immer noch zu kompliziert. Wenn man mal genau hinguckt, lässt es sich ziemlich gut in so eine Dichotomie hier eingliedern. Was ist der Unterschied jetzt zwischen leicht, einfach, schwierig und kompliziert? Kompliziert ist etwas, das ist in der Sache halt einfach verworren und schwer zu durchdringen. Wohingegen einfach, das ist also einfach in der Sache simpel. Wohingegen die X-Achse schwierig und leicht, das kann ich lernen. Das heißt also, wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann tue ich mich sehr, sehr schwer damit. Wohingegen, wenn ich ordentlich trainiert bin, viel Zeit investiert habe und viel Know-how aufgebaut habe, dann fällt es mir leicht, obwohl es in der Sache vielleicht kompliziert ist. Ich glaube, wie jetzt gerade so die Audioaufzeichnungsebene ist, wir sind da gestartet, also quasi bevor es irgendwie Hindenburg gab und bevor es Ultraschall gab. Die Sache war irgendwie schwierig und sie war kompliziert und es war alles einigermaßen desaströs. Das, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren mit Ultraschall geschafft haben, ist, dass wir es von schwierig zu leicht drüber geschoben haben, aber es bleibt immer noch kompliziert. Das heißt, man muss viel lernen. Ich hatte es eben schon angesprochen, man muss sich eben eigentlich meine 20 Videos angucken, damit man so richtig kapiert, was da eigentlich los ist. Ich glaube, der strategisch nächste sinnvolle Schritt ist, das Ganze in wirklich den Quadrant rechts oben zu schieben. Das heißt, es muss auch einfach werden. Es muss nicht nur leicht sein, sondern gleichzeitig auch noch einfach. Das hier ging gerade gestern im Internet so rum. User Interface is like a joke. If you have to explain it, it's not that good. Also sprich, unser User Interface von Ultraschall, wenn ich das 20 Stunden lang erklären muss, haben wir da immer noch irgendwo ein Problem drin. Das versuchen wir in der 2.0 zu adressieren. Und eine der Dinge, auf die wir hier gekommen sind, ist das Design, wie das Ganze aussieht. Ich habe mal jetzt hier eine kleine Statistik gefahren. Und zwar habe ich mal gezählt. Das war übrigens unser Startpunkt. So sah Ultraschall quasi aus in meinem allerersten YouTube-Video vor zweieinhalb Jahren. Und ich habe mal durchgezählt, wenn ich eine Audiospur angelegt habe, wie viele verschiedene GUI-Elemente, auf die ich klicken kann, waren eigentlich in dieser Oberfläche drin. Das waren 58. Dann gab es eine Fassung, das war so eine Zwischenwelt zwischen so dem Original-Reaper und der ersten wirklichen Ultraschall-Release. Da ist es immerhin schon auf 44 GUI-Elemente runtergegangen. Das heißt also, da habe ich die Oberfläche radikal eingeschränkt. Und von da aus ging es dann aber wieder ein klein bisschen noch runter. Das war die offizielle 1.0-Release. Da hatten wir 43 GUI-Elemente. Und dann ging es wieder hoch. Das ist die 1.1er-Oberfläche. Die hatte 44. Dann die 1.2, da gab es 50. Und die letzte, die 1.3, die wir im Sommer released haben, hat dann schon wieder 52 GUI-Elemente. Das heißt, wir haben wieder Komplexität draufgepackt und wir waren eigentlich schon mal viel einfacher, was die Oberfläche angeht. So ist also die Verteilung, wenn man das Ganze im Zeitablauf hier anschaut. Und eine der Ziele, die ich mir jetzt also bei der Neugestaltung der Oberfläche gesagt habe, ist, da muss man doch irgendwie an die andere Richtung wirken. Und voll stolz kann ich verkünden, dass wir jetzt also mit der 2.0 auf 42 die Weißes runter sind. Die Zahl 42 ist kein Zufall. So sieht das Ganze aus. Wir kommen gleich in ein paar Bereiche ins Design. Man sieht schon so die Grundeinmutung. Man fühlt sich schon gleich zu Hause, aber im Detail habe ich rigoros gewütet. Es gibt von Adolf Loos, das ist ein Architekt um die Jahrhundertwende, Ornament und Verbrechen. Und das ist so ein bisschen, ich verkürze das auch häufig, als Ornament als Verbrechen. Das heißt also, das ist ein Grundtenor, jegliche Art von Verzierung und von Tant muss überwunden werden und stattdessen soll die reine Funktion im Vordergrund stehen. Und das war so ein bisschen das Leitmotiv für die 2.0-Version. Mich hat vor ungefähr einem Monat dieser Tweet hier erreicht. Ich weiß leider gar nicht mehr von wem, sonst hätte ich es da zugeschrieben. Der oder diejenige kann sich gerne nochmal melden. Die hat mir irgendwo auf Twitter geschrieben, so für die 2.0-er. Wird es dann auch eine überarbeitete Transportleiste geben? Die sieht noch komisch aus. Das hat mich ein bisschen verstört, weil ich dachte, unsere Transportleiste, also die hier oben, die ist doch total okayisch. Was sieht denn an der jetzt irgendwie so komisch aus? Und hier tritt so ein Effekt ein. Meine Entwickler auf der Arbeit, die malträtiere ich also im Tagestakt, dass die Pixel mehr nach links und mehr nach rechts sollten. Bei der eigenen Arbeit ist man immer so ein bisschen betriebsblind. Das heißt, ich habe dann also mal versucht nachzuvollziehen, was an dieser Leiste komisch ist und da ist schon eine Menge komisch. Beispielsweise diese Ecke da vorne. Das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Wieso sind diese Buttons rund, während alle anderen Buttons eckig sind? Was ist mit diesem Platz hier? Der ist immer leer. Was für eine Funktion hat jetzt eigentlich dieser leere Platz an dieser Stelle? Und was genau macht eigentlich jetzt so dieser Glossy-Verlauf in den Buttons drin? Ist ein bisschen von der Ästhetik her durch. Das war vor zwei Jahren total hipster ein Design. Der Punkt ist aber, nirgendwo sonst in der Ultraschalloberfläche habe ich so einen Glossy-Verlauf. Warum habe ich es nun gerade bei den Buttons oben drunter? Man könnte sagen, naja, vielleicht hat ja Reaper 5 die Probleme gelöst. So sieht die Leiste in Reaper 5 aus. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, das ist nicht wirklich die Lösung des Problems. Wenn man weiter guckt, wird die Sache nicht besser. Also jetzt ist hier so ein bisschen stalinistische Kritik und Selbstkritik angesagt. Das ist jetzt das Mixer-Panel der 1.3er-Version. Und interessant ist, wenn man sich mal diesen Button hier anguckt. Das ist der Monitoring-Button. Und seit zwei Jahren predige ich den Leuten, niemals, nie dürft ihr diesen Button ausschalten. Dann passieren ganz, ganz schreckliche Dinge. Warum ist dieser Button da? Wenn ich ihn nicht ausschalten darf. Dieser Button hat eine gewisse Funktion, aber es gibt einen viel anderen Weg, um das viel besser zu lösen. Genauso dieser Button hier mit dem Trim. Niemand hat jemals auf diesen Button gedrückt, weil er innerhalb unserer ganzen Reaper-Logik überhaupt keine Funktion hatte. Was macht der da eigentlich? Dann geht es weiter als ein Design. Die ganzen Abstände sind doch irgendwie insgesamt etwas krude. Warum hängt dieses Infinity da so halb drüber? Warum hat man eigentlich noch so Balken dahinter? Also es ist alles irgendwie etwas bedauerlich. Weiter geht es, wenn man sich die Wellenform anguckt. Ich habe jetzt hier mal einen unserer schönen Fade-Outs. Wieso ist der Rot der Fade-Out? Rot ist eine Signalfarbe für Gefahr und Achtung, Panik. Das hier ist ein stinknormaler Fade-Out. Das ist das Normalste von der Welt. Was ist oben rechts mit dem Fader da eigentlich los? Egal in welche Ecke man guckt, plötzlich kommt einem alles irgendwie ganz, ganz scheußlich vor. Warum sind hier die Mute- und Solo-Buttons anders als die Mute- und Solo-Buttons da unten? Und irgendwann denkt man, das muss alles anders. Von daher habe ich jetzt also einen nicht unerheblichen Teil an Stunden investiert, um das mal alles irgendwie gerade zu rücken. Und ich danke meiner frisch vermählten Frau, dass sie das alles ertragen hat und ich unsere junge Ehe so aufs Spiel gesetzt habe. Wir haben versucht, das alles jetzt mal zu lindern und das ist also der Moment, wo sie jetzt immer O und A sagen können. Das ist also jetzt die alte Version der Leiste und das ist also die neue Version. Man sieht, sie tut eigentlich genau dasselbe, aber es ist halt einfach sauber. Die alte Version und die neue Version. Das sieht auf dem Monitor ziemlich sexy aus, wenn man nämlich sieht, wie die Wellenformen dann plötzlich da so reingehen, weil da wirklich sehr viel Cluster weg ist. Hier der Fade-Out ist jetzt einfach mal sauber dunkel angelegt. Der Fader hier hat sich radikal vereinfacht. Das heißt also, ich habe wirklich sämtliche Elemente genommen. Ja, das ist, ich verstehe deinen Punkt. Ich hatte das auch mal umgeskinnt, aber es war noch nicht so richtig die perfekte Lösung. Vielleicht finden wir hier auf dem Workshop ja noch einen Weg, das zu optimieren. Ich zoome mal ein bisschen rein hier, weil ich noch einen Effekt ganz gerne zeigen möchte. Ich habe jetzt halt noch mal ziemlich radikal Komplexität rausgenommen. Das bedeutet natürlich, ich brauchte aber diesen einen Button. Was wir schon immer hatten in Ultraschall, ist, dass ich hier ein responsives Design habe. Das heißt, sobald ich das Ganze kleiner ziehe, verschwinden die ganzen Elemente und es bleibt nur letztendlich unten der Ausschlag über. Was ich mir überlegt habe, warum machen wir denselben Trick nicht nach oben und schwupps, da sind die ganzen Buttons die vielleicht der eine oder die andere dann doch wieder braucht, sind da oben dann wieder verfügbar. Aber sie nerven halt 90 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer nicht. So, das ist jetzt aber alles irgendwie Kosmetik. Jetzt kommt noch ein kleiner Game Changer. Und zwar habe ich die Inspiration dafür auf unserem letzten PPW mitgenommen. Da hat nämlich der Christian Grasse einen Vortrag gehalten hier am Sonntag, Der Klang der Worte. Wo er ein sehr feuriges und wie ich fand total überzeugendes Plädoyer dafür gehalten hat, ja, Gesprächspodcasts sind gut, aber vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen im Bereich von gebauten Stücken mehr experimentieren. Das heißt also, nicht nur vier Leute sitzen um einen Tisch, sondern wie binde ich Atmo ein, wie schneide ich das Ganze kunstvoll. Ja, Systemfehler ist da ja so im Moment so der Markstein, an dem man sich da abarbeitet. Und ich habe mir die Frage gestellt, was könnte man auf Ultraschallbasis für Features anbieten, um gebaute Beiträge besser zu machen. Und dabei rausgekommen ist das Ultraschall-Storyboard, was wir mit der 2.0 einführen. Das Grundproblem ist nämlich folgendes, so sehen eigentlich unsere Gesprächspodcasts aus. Das heißt also, wir haben mehrere Leute, die sprechen alle, es entsteht ein Gespräch. Und wenn ich schneide und Kapitelmarken reinsetze, dann geht es letztendlich immer nur darum, vielleicht Sequenzen irgendwie zu kürzen, rauszustreichen. Aber am Ende bleibt eigentlich immer so ein konsistenter Gesprächssturm. Demgegenüber ein gebauter klassischer Beitrag, so wie wir ihn auch aus dem Radio kennen, sieht eigentlich eher so aus. Ja, ich habe also viele Fragmente, die ich irgendwie zueinander in Bezug setze. Und ich habe nicht mehr Kapitelmarken, sondern ich habe so Regionen, das heißt also Abschnitte, in denen beispielsweise jetzt irgendwie eine Dramaturgie aufgebaut und abgelöst wird. Und die Frage ist, wie kann man das auf der GUI-Ebene unterstützen? Und dazu bieten wir jetzt mal ein bisschen was an. Es ist hinzugekommen dafür, ein neuer Button in dem View-Bereich. Das heißt also, neben Setup, Aufnahme, Schnitt, gesellt sich jetzt diese Wolke dazu. Ich lade mal ein Projekt, in dem so ein bisschen was los ist, wo man das ein bisschen nachvollziehen kann und das auch schon ein bisschen zerhackt ist. Wenn ich jetzt diesen neuen Bereich hier aufrufe, sehen wir, dass sich rechts ein neuer Bereich öffnet dazu. In diesem Bereich habt ihr ein Verzeichnis sämtlicher dieser Einzelschnipsel, mit denen ihr hier gearbeitet habt. Wie kommt man dazu? Nehmen wir mal an, ihr wollt also jetzt hier aus diesem Interview diesen Bereich hier oben irgendwo drin haben, markiert hier also eine Region und sagt, so, daraus möchte ich jetzt also einen neuen Beitrag machen. Und zwar ist das, unterhalte ich mich da zum Thema Ralf und ich sage etwas über Fernsehen, sagen wir mal. Dann erscheint genau dieser Schnipsel hier rechts, entsprechend in der Liste, eure ganzen Clips. Ich kann jetzt hingehen und dem noch beliebige Metadaten oder Text mitgeben. Das heißt also, da rede ich unter anderem über Medien und ich rede noch über Geld und was auch immer. Ihr könnt euch das vorstellen. Das heißt also, ihr führt ein Interview, was ihr hinterher verschlagworten wollt und zerhackt so die Einzelteile. Das, was ihr jetzt halt machen könnt, ist, dass ihr in Echtzeit diese ganze Liste hier filtern könnt. Das heißt also, wenn ich jetzt sehen will, was sagt Ralf eigentlich insgesamt, tippe ich hier unten in den Suchschlitz Ralf ein und ich bekomme nur noch die Clips angezeigt, in denen ich entsprechend was sage. Genau dasselbe geht jetzt mit Claudia. Und es geht natürlich auch nach den Metadaten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, zeig mir alle, die über Radio sprechen, bleibt das rüber, wohingegen alles, was mit Fernsehen zu tun hat, bleibt hier übrig. Das heißt also, ihr habt hier eine sehr schnelle Verwaltung von Einzelclips in der Timeline. und das Schicke ist, ihr könnt die jetzt auch euch anhören. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt gefiltert auf alles, was Ralf sagt, was genau erzählt er hier eigentlich, kann ich hier drauf gehen und das wird hoffentlich, ja gut, okay, das Routing jetzt hier von dem Laptop ist gerade irgendwo nicht so ganz am Start, scheint mir, würde also jetzt entsprechend genau dieser Clip abgespielt werden. Das heißt also, ihr könnt eure Dramaturgie in diesem Bereich hier rechts zusammenklicken, und wenn ihr dann zufrieden seid mit dem Klick, nimmt er den einfach und zieht ihn dann irgendeine Stelle in der Timeline rein. Das heißt also, ihr könnt wirklich relativ komplexe Projekte damit bearbeiten und habt die ganze Zeit die Übersicht. Eine weitere Funktion ist, dass ihr Einzelbereiche jetzt gruppieren könnt. Das heißt also, in einem klassischen Schnitt, wie ich ihn eben gezeigt hatte, ist immer dieser Ripple-Edit-Modus wichtig, dass wenn ich irgendwo was schneide, sich dahinter nichts verschiebt. Das ist bei einem gebauten Beitrag, hat man eine ganz andere Logik. Da möchte man eigentlich eher so Fragmente zusammenhalten und bearbeiten können. Das kann man ganz einfach machen mit dieser Group-Funktion hier oben. Ihr seht, diese beiden Beiträge sind jetzt gruppiert und was immer ich mit dem einen mache, passiert auch automatisch mit dem anderen. Weiterhin kann ich hingehen und sagen, so, ich möchte jetzt diesen ganzen Abschnitt hier, den habe ich fertig geschnitten, da geht es um das Thema Fernsehen. Das möchte ich mir merken. Gehe ich hier drauf und es wird oben eine Region aufgebaut. Ihr seht das hier oben. Sodass ich also im Nachhinein sehen kann, da wurde über dieses Thema gesprochen. Und auch diese Region kann ich dann also entsprechend als Einzelelement verschieben und kann die anpassen und relativ einfach austauschen. Das heißt also, das Bauen von Beiträgen wird hierdurch dramatisch vereinfacht. Ich werde das am Sonntags-Workshop ein bisschen intensiver mal vorstellen, wie sich das Ganze anfühlt und was da für sinnvolle Use Cases sind. Und was auch eine ausgesprochen interessante Anwendung ist, ist, dieser View hier rechts funktioniert über verschiedene Projekte hinweg. Das heißt, wenn ich also drei oder vier Interviews führe mit verschiedenen Projektpartnern, möchte ich die natürlich nicht irgendwie hinzueinander in eine oder dieselbe Timeline anfangen haben, sondern ich habe vier Aufnahmen, die in vier verschiedenen Reaper-Projekten sich stattfinden. Ich kann die aber hier rechts in diesem View zusammenführen und kann dann also, nachdem ich sie verschlagwortet habe, sagen, zeigt mir jetzt, was irgendjemand in irgendeinem meiner Interviews zum Thema Radio gesagt hat. Kann mir die Sachen previewen und dann in mein Master-Schnitt-Projekt reinziehen. Ich glaube, das wird eine ziemlich coole Geschichte. Ich habe hier nicht gesehen, dass es irgendeine andere DAW auf dem Markt so in der Art und Weise ermöglicht. Ich glaube, das wird eine spannende Geschichte, was man damit so alles basteln kann. Ich komme zum Schluss. Applaus Schutzpatronen. Wir erinnern uns mit Nostalgie. Der Schutzpatronen für unsere 1.0-Reliems war Rahms, Captain Obvious. Wir wollen natürlich jetzt für die Zweier auch einen entsprechenden Schutzpatronen haben. Sehr naheliegend wäre Adolf Loos gewesen, der nämlich genau das mit dem Ornament und Verbrechen formuliert hat. Der Punkt ist, das hat so ein paar Issues. Gerade wenn man jetzt, gerade wenn man sich jetzt mal so vergegenwärtigt, okay, man will so in den US-Markt rein. Adolf ist schon mal so mittelcool. Loos hat im Britischen, da ist man also schnell bei Klo und Lou. Und wenn man dann mal den Wikipedia-Artikel zu diesem Herrn aufruft, was auch immer er im Bereich der Architektur und des Designs geleistet hat, Verführung zur Unzucht minderjähriger, zehnjähriger Mädchen. Nein, das ist dann vielleicht doch nicht so ganz der dankbare Namenspatron. Von daher sind wir dann etwas auf Nummer sicher gegangen und die 2-0er wird Gropius heißen. Nach dem Gründer des Bauhaus, by the way. Das heißt also, wir haben hier einen ganzen Zoo an alten Funktionen. Dazu kommen spannende neue. Alleine das Storyboard ließe sich jetzt irgendwie in 30 andere Features reinbringen. Mit Dennis habe ich mal ein lustiges Experiment gemacht, was ich jetzt nicht zeige, aber was wir auch nochmal mit einem eigenen Podcast oder einer eigenen Folge uns anschauen werden. Hinterbandkontrolle. Das ermöglicht sehr, sehr interessante Funktionen. Denn der neue Hub ist schnell genug, dass wir beispielsweise ein Preview unserer Stimme durch den Rechner mit sämtlichen Effekten machen können. Oder aber, und das ist so das eigentliche Feature, hinter dem wir her waren, es wird jetzt möglich sein, den Stream vorzuhören innerhalb von Ultraschall und sich auf seinen Moderatoren-Kopfhörer zu heben. Das heißt also, wenn irgendjemand im Stream sagt, der Stream ist kaputt, müssen wir in Zukunft nur noch an unserem Hardware-Interface einen Knopf drücken und bekommen per Hinterbandkontrolle eingespielt das, was der Stream da draußen hört. Das wird eine ganz schicke Geschichte, werden wir aber, wie gesagt, nochmal einzeln erklären. Ansonsten, die Grundkonstellation bleibt wie gehabt. Reaper kostet Geld, schlanke 44 Euro. Die Testversion läuft nach wie vor nie ab. Das heißt also, ein schneller preiswerter Einstieg ist auf jeden Fall gegeben und dann kann man gucken, ob einem das zusagt oder nicht. Wir selber sind natürlich nach wie vor Open Source, soweit nichts Neues. Letztes Mal habe ich dafür geworben, dass sich unser Team noch etwas erweitern möge. Das ist letztendlich jetzt auch geschehen. Das heißt also, wir sind jetzt ein paar mehr Leute geworden und viele von denen haben sich jetzt also wirklich die letzten Tage und Nächte um die Ohren geschlagen, damit wir das heute rausgeben können. Nochmal einen wirklich ganz herzlichen Applaus an die Leute, die hier außer mir das betreiben. Ich mache zwei Workshops, habe ich heute schon gesagt. Einen wirklich hands-on, sehr schnell rein und dann halt eine Vertiefung in den Schnitt. Da kann man wirklich eine Menge effizienter machen. Und zum ersten Mal haben wir es hinbekommen, wirklich pünktlich hier zu dem Vortrag, dass ihr hier und jetzt euch die entsprechende Beta runterladen könnt unter der Version hier. Und ihr seht, da unten ist noch ein bisschen Platz. Wir haben es auch für Windows gebaut. Was nicht drin ist in Windows, logischerweise, ist der Hub. Das heißt also, ein Skype N-1 Routing ist nach wie vor nicht so ohne weiteres möglich. Es geistern ja immer so die Thesen rum, dass sowas mit Jack ginge, aber so richtig reproduzierbar haben wir es nicht. Ich bin dann nach wie vor sehr offen, wenn da jemand das mal wirklich reproduzierbar baut, kriegt er sofort bei mir im Blog den Platz, das zu publizieren. Aber die ganzen Grundfunktionen, alles, was ihr jetzt gesehen habt, inklusive des Storyboards, das ist samt und sonders jetzt auch unter Windows laufe ich und zwar auch heute Abend und unter der Adresse. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das ausprobiert. Wir gehen jetzt so in den Social-Bereich rein, insbesondere so die alten Reaper-Hasen, was ihr von der neuen Oberfläche haltet. Das würde mich schon sehr interessieren. Wir stehen heute Abend natürlich auch die nächsten Tage für Rückfragen zur Verfügung. Vielen Dank und guten Appetit. Applaus So, vielleicht noch ein paar kurze Fragen. Ja. Ja. Das läuft jetzt auch problemlos unter Reaper 5.0 oder gibt es noch irgendwas zu beachten mit Update? Nee, also das habe ich vielleicht ein bisschen kurz gehalten, also am Anfang. Die Version ist jetzt El Capitan Only und Reaper 5 Only. Das heißt also, eure bestehenden Systeme sind zu updaten. Insbesondere das El Capitan Only gilt halt absolut für den Hub, weil der auf der Yosemite Audio-Architektur schlicht nicht läuft. Und Reaper 5 will man sowieso haben, auch wenn es für uns von den Grundfeatures her nicht wirklich viel Neues bringt. Dieser leere Bereich da, die Zeitleiste, die füllt sich, wenn man längere Podcasts macht. Ja, ich habe es aber ausgemessen. Selbst im Wogonen-Bereich von über zwölf Stunden hast du immer noch drei Viertel leere Pixel da. Ich habe es ausprobiert. Also auch zweistellige Stundenbereiche sind problemlos möglich. Irgendwann zooms dann übrigens auch der Text runter. Das heißt also, man könnte auch in den vierstelligen Stundenbereich senden. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Ahnen-Programm. guten Appetit, haut rein. Applaus Genau. Genau. Das war's.